Auf mit LOL spielen, keine Ahnung, ich hab irgendwie keinen Bock mehr auf das Game Nach einem Jahr lang, weil das jetzt irgendwie voll krass LOL, wieso hat der denn Cleans mitgenommen, der Ezreal Ezreal wird auch wieder so ein AD Carry sein, den wieder keiner fangen kann Ich finde allgemein AD Carries, so mit Wegjumps oder sowas Oder Ezreal mit seinem E-Hide, so eine Champions, finde ich irgendwie voll stark Kriegst du immer so gut wie gar nicht Ich finde Mundo sollte mal reworked werden, keine Ahnung Irgendwie sieht der komisch aus, der Champion Welcome to Summoner's Rift Mundo will go where he pleases Wir wollen Invade machen Wen haben sie Blitzcrank? Nein Wir wollen Invade machen, glaube ich Warte mal, ich walk gleich mal über die Wand Okay, da ist Kha'zix drinnen Geh da weg, der Gart Ja, geh weg Hilf mal hier Mit was, wer, wer Jungle denn bei denen? Elise? Fängt die mit Red an, oder was? Sieht so aus Helfen wir so schnell wie es geht Danke Es schon hat Red Buff Hat er Red Buff genommen oder glaubst du aus Versehen? Ich weiß nicht Aber wenn er jetzt Red Buff hat Alter du musst aufpassen Digga der nutzt dich Junge Leu hat jetzt schon geflasht Es wäre es ein Tobe gewesen Keine Barriere Okay, Trash sucked Wieso? Er hat auch keinen Hook getroffen Wow, deswegen sucked er jetzt bei dir schon Jesus Also so früh sucken die Leute bei dir schon Das ist krank Hä? Das ist krank Das ist voll übertrieben Wie früh die Leute bei dir sucken Sackte spätestens sie jetzt für dich auch Nö, noch nicht Digga die hat Red Buff Das fängt schon wieder gut an Das Game Flesh EQ willst du mich verarschen? Dann nehmen sie keinen Damage vom Tower Digga jetzt Alle Lanes sind einmal gestorben Willst du mich verarschen? Botlane, Midlane, Toplane Alle Lanes sterben einmal Ja, aber Ezra hat nur eine Red Buffcon Das ist eine Red Buffcon Ich glaube Elise ist AFK Das wäre natürlich super Ich glaube Elise ist AFK Das ist alles, Digga Liebes Trash, meine Last Hits denied Ich guck mal beim Blue Ob die AFKs oder nicht Oder Kha'zix hilft ihr jetzt Und wo ist Trash? Hilft er dir nicht? Nö Okay, nee Der Dings ist da Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt weggegangen ist Es war Full Life, Half Life Full Life Und ist einfach weggegangen Hat dich da sterben lassen Hm Wahrscheinlich nicht so eine Support Was nicht supporten das ist Ich muss dich trollen Ich bin Toren, sonst Ich bin Toren Der Dings ist Der Dings ist Der Dings ist Der Dings ist Ich bin Toren Das ist Ja, Lux merkt auch nichts, glaube ich Behinderte Elise ist Lux ist so dumm Ich würde am liebsten einfach jetzt AFK gehen Und das Drecks-Lol ausmachen Ohne Witz Schon wieder keinen Bock mehr Wenn ich schon sehe, sie reagiert kein Stück Wenn ich da im Journal mit Elise fighte Und sie kommt einfach nicht Und bewegt sich nicht Da denke ich dann schon meistens immer Mir mein Teil so einfach, keine Ahnung Wenn ich Midlaner bin, würde ich nach hinten gehen Wie kann man auch gegen den Kha'Zix verlieren Mit einer Lux Die erste große Frage, die ich mir stelle Die kommen alle runter Die kommen runter Ja, da ist gewartet Die machen gerade mein Dings Mein Blue, denke ich mir mal Jupp, die machen den gerade Botlane reagiert Aber ihr reagiert auch nicht, Junge Die machen mein Blue Und ihr kommt nicht Ja, geh doch drauf, Lux Mach doch mal deinen Kuh, Mann Digga, die will mich verarschen, oder? Amg Jetzt hast du auf einmal Mana für dein E, ne? Wo du den Blue kriegen willst Vergiss es Naja, thanks bro In your face, Alter Weißt du, da kann sie auf einmal eine Ability machen Da hat sie auf einmal Mana Wenn sie den Blue kriegen soll Und dann Flame wieder Lieb ich ja Digga, guck mal Guck mal Irelia an Zieh dir mal Irelia rein Weil sie von Minions sterben Ja, guck ihr Leben an Anstatt sie zurückgeht Ich sterbe jetzt von Minions Sit Tschüss Was? Ja, jemand sagt Tschüss Im Stream Er geht Ich komm nicht zu Items, Alter Der Was du sagst Kha'Zix kommt jetzt zu euch, ne? Nur so Infomäßig Jetzt haben sie nebenbei kurz Dragon gemacht Kha'Zix kommt Ich hab's eben gesagt Noch Ja, ich weiß schon Ist ja okay Leute, töte ihn Er zieht den Kill Okay Nice GG 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 Thresh Ich hab ja gesagt Das ist ein scheiß Hurensohn Was hab ich gesagt Das ist ja gar nicht in der ersten Sekunde Fuck, das ist eine epische Hilfe, Mann Der Typ ist so dumm Ich fang jetzt nicht schon wieder zu Lol, er denkt, er kann mich falten Lol, er hat Kniezern gemacht Digga, mit was für einem Noob spielt Oder gegen was für einen Noob spielt ihr da Bot Lane Also, wir haben die Lane verloren Weil ich eins gegen zwei spiele Die ohne Hut ist Ja, genau Er macht so viel Damage mit seiner Ulti Oh Gott Digga, wie schwul hört sich denn das Ignite an Als wenn irgend so ein Karton So ein Karton einbricht Ah, er hat dann Noch einmal die Er hat jetzt erst die Kuh eingesetzt Auf einem Minion Gesehen Er hat keine Place Also Mach die doch Ich glaube, du bist so schlecht Ganz ehrlich Die Ezreal und Kazak sind so schlecht Die beiden Alter, das ist ja wie Bronze Lass mal mitbleiben Ich Trash Trash muss alles ruin Lol Oh Gott Ja, er hat das Eindruck getroffen Ja, er hat das Eindruck getroffen Hat Ich hoffe, mein Blu Ich bin weg Wenn du etwas mehr Useful werden willst Dann hilf mal Oder Die Leute regen sich immer auf, dass sie useless sind Aber warum wohl Die Placements, die sie machen Sind halt useless Viel mehr Minions hier Das fängt jetzt zum Flame an Ich Minions nehme Das bin ich finde Du bist schon der Bad Boy, Digger Oh, ich muss mal in die Mitte gehen Leute, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal jetzt Sie könnte ihn locker killen Sie könnte ihn locker killen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich wurde geignitet Ich werde nonstop Ich werde nonstop geignitet Ja, genau, Mundo Genau, ich greife da an Hast du mein Leben gesehen, Kollege? Was für ein Idiot, Alter Die spielen wie Bronze Die kommen Was mich aufregt, ist, dass die einfach keine Wards da haben Kann ich Red haben? Nee, ich brauch den nochmal Den nächsten Hä? Kann ich den nächsten haben? Ja, den nächsten Der nächste soll dein sein Sieht sich voll wie Jesus an Na ja, Alice ist da Und sich nicht in die Box gerannt Fuh Trash, Fuh All Also sie macht eine Blind Ulti rein, trifft nicht Und dann executet sich sozusagen Zilz Geiss Es ist Frash Uioè Donkey Kong hat kein Flash, ne? Okay. Also, lass Lux reporten, die ist richtig... Ich reporte die wegen Flame. Negative edit, you man. Ähm, ich hab sie gerade gefragt. And you help us, Ray. Läu, was geht bei dem ab? Guck mal. Was ist denn mit dem los? Jetzt schreibt Lux, fuck you, Mondo, KS. Hat sie geschrieben? Ja, was sie will, ist schreibt. Hm, Raussage. Mundo ist so OP, Junge. Eins, der sie hier spielen kann, ist Sirelia. Sie chaste eine halbe Stunde und ich will den Kill. Komm zu Mundo. Digga, sie weiß schon, dass das mit den Dings schon lange vorbei ist, ne? Mit den Lane-Phasen und so. Also, sie weiß, was das ist, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie sich damit so auskennt, mit Lane-Phasen. Ja, ich hab ihn getroffen. Ja, ich hab ihn getroffen. Okay, sie hat ihn. Warum legt er mir diese Dings da hin? Digga, was hat der für ein Verständnis für das Game? Aber immer, wenn ich Mundo spiele, mach ich voll viele Kills am Ende. Aber du bist mit Mundo mit einer Wormax, du bist so übertrieben im Sustain. Das ist übertrieben. Nimm mal Blue von mir. Nicht Lux geben, man. Bloß ich Lux geben, man dachte. Sie, wir verbrauchen ganz schön viel Mana. Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben, was die alles wegloscht. Ja, aber berechtigt. Komm, die ist total stark. Diese Kuh macht Todesschaden. Es ist eine gut platzierte Kuh auf Ezreal macht Half-Life vor der Treffi. Ja, wenn die einmal durchgeht und dann wieder zurückkommt. Und nur ihn trifft. Ja, bei den Hinteren macht es nämlich nicht mehr so viel Schaden, ne? Hm. Das ist mein Bogen pushen. Und komm. Ja, wenn du bei. Iredia ist gut. Ist aber auch die Einzige, die gerade richtig rockt. Ich tank erst mal ein bisschen. Komm zu Mundo! Komm weg! Komm weg, Elise und so kommen da auch. Ey, in den Gegenkommen. Mist. Ich würde gar nicht essen. Lol. Der Pfeil, das Ding war genau im Gebüsch. Ich muss, glaube ich, mal wieder Smartcast ausstellen für die Ward Places, weißt du? Tschüss, da kommen sie alle auf sie. Warte, ich hab meine Ulti noch nicht. Warte, gleich hab ich meine Ulti. Jetzt hab ich Ulti. Mundo ist so übertrieben OP, Junge. Digga, wenn die kein Ignite auf mich machen, kann ich mit Mundo hier machen, was ich will. Die ganze Zeit. Ich hab mir gerade Mana an. Es ist Ulti-Refreshed. Nice. Ich geh unten einfach gechillt fahren. Die wollen mich alle so krass. Warum nicht mich? Ich bin hier der Fette. Junge, ich hab 6-1. Amund ist doch ein Champ, der braucht keinen Skill. Überhaupt keinen eigentlich, ne? Ulti an und rein. Bisschen E anmachen, bisschen Q, bisschen W, dann ist gut. So einfach zu spielen, der Temp. Deswegen nehme ich den auf, weil ich voll so schlecht bin, Digga, ich bin. Als erstes haben sie gesagt, dass Mundo langweilig ist, aber wenn man gewinnen will, soll man ihn nehmen. Darum nehmen sie ihn. Ja, ist aber auch so. Oh, du kommst nicht weg, mein Freund. Das Spiel macht mir... Das Spiel ist jetzt eins von den Vieren, das mir Spaß macht. Ja, das Ding ist, ich bin Godlike, Junge. Ich steh auch 9-4-6. Ich steh 7-1-3. Ja, komm. Ich hab Spirit Visage. Mal gucken, wie viel Damage er mir macht. Komm mit, wir töten den. Das ist er, er lebt noch da. Na, komm weg. Aber wenn ich keine Ulti hab, dann geht das nicht so toll. Ja, da konnte ich jetzt nichts machen. Mein Gott, das war gerade DC. Ja, ja. Hm? Ja, ja, der. Jetzt ist es echt, der hat man's DC, ich versteh's nicht. Immer dann, wenn du stirbst, Digga. Ja, hat dich ja auch. Durchgängst. Ja, machst du was, Lux? Nein, machst du nicht. Lux-Items auch. LOL! Komm, wie er nicht weg kann. Digga, Mundo ist so OP, Junge. Mundo ist echt langweilig, aber der ist saustark, Alter. Das ist ja, das haben wir einen Ausgleich gesagt. Guck mal, guck mal! Tschüss. Mundo! Aber ich hab erst 97 Live-Rack. Warum? Zu wenig. Ist eigentlich viel. 97 pro Sekunde? Okay, ja. 12 Sekunden lang. 97 live. Schon heftig. Ja. So, jetzt hab ich gleich Sunfire-Came. Irelia macht wieder Solo-Action, Digga. Ich hab hier einen Griechen um die Ecke, ne? Der macht so Gyros-Box, ne? Ähm, ganz ehrlich, davon wirst du süchtig, wenn du das frisst, Alter. So übertrieben. Ich hab mir mal eine Woche lang jeden Tag dreimal da bestellt. Morgens, mittags, abends, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Du warst nach diesen Essensüchten. Ja. Das Essen macht abhängig. Das ist wie Spritzen, Baby. Ich glaube, ich spiel nicht mehr mit dir. Komm schon, komm schon. Rieck dich ab, Bruder, rieck dich ab. Ich kann auch jetzt die ganze Zeit meinen W anlassen. Ganz ehrlich, wir müssen Naturgewalt wieder reinmachen. Hast du noch Fight da unten? Hm. Noch ein Fight? Ja. Alle haben mich gefocust. Killing Spree. LOL. Digga, seine Buffs gehen doch weg, wenn er sein W macht. Wie behindert er ist. Er bleibt einfach stehen. Hast du gesehen? Hm. Hat sich gerade irgendwie voll selbst verarscht, dieser Idiot. Alter, was ist mit dem Kasex los? Oder mit dem All-All-Allen allgemein so. Ja. Ja, das ist, wenn die Spiele müde werden. Ich werde auch müde. Wahrscheinlich auch. Nö. Und noch mal eine Kurze. Kalsi, wie sie versucht, mich zu fighten. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie witzig er ist. Der war nicht schlecht, Digga, der Witz. Der Witz war nicht schlecht. Nobody stop Mundo, Bruder. Nobody. That's CC. Er war unsichtbar. Er war weg und auf einmal zack, war er tot. Alter. Was sind das für Leute, Digga? Was spielen die da gerade zusammen? Surrendert, Digga. GG. Na, jetzt hätten sie mich auch nicht mehr gekriegt. Am Ende.